Also, hier haben wir noch mal ein kurzer Zwischenstand aus dem Zillertal. Wie ihr seht, das Wetter war heute nicht ganz so gut. Das hat es aber nicht geschafft unsere Stimmung irgendwie zu drücken. Wir hatten heute noch mal viel Spaß. Wir waren heute Morgen um 7 Uhr mal eine Stunde laufen. Bisschen Grundlagenausdauer. Dann hatten wir so gegen 10 hatten wir eine kleine Stabi-Einheit mit Badminton gekoppelt. Nach dem Mittagessen gab es noch eine kleine Pause und dann ging es ab zu den Krafttests. Die haben wir jetzt hinter uns und jetzt geht es gleich noch mal zum Abendessen. Das werden wir dann noch mal genießen und danach gibt es noch ein bisschen Regeneration mit Carsten. Und dann werden wir heute denke ich auch schön müde ins Bett fallen. So, dann bis morgen und wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020